Ein Bausparvertrag! Wer war das noch mal? Du! Ernsthaft? Wo hab ich das noch mal her? Keine Ahnung. Sweet, ein Bausparvertrag! Sweet! Ein Bausparvertrag! Sweet! Nein, ich hab den Spruch, meine ich, hab ich schon mal irgendwo gehört, oder? Das verwirrt mich gerade. Ich weiß es nicht. So, ich hab mir gerade auch ein Tool runtergeladen. Für? Den C3P hab ich mal runtergeladen. Ist gut. Langweilig. Nein, da kann Dede besser mit umgehen. Best Ping EU West, alter. Best Ping EU West, alter. Wer? Dede. Best Ping EU West. Schade eigentlich, gerade hattest du Best Ping EU West. Ne, den map ich immer. Mit plus 600, minus 400, plus minus 400. Alter, weil Pink ist immer der Beste. Trotzdem nicht. So, als solltest. Ja, Funktion nix schauen. Stimmt. Ja, dann so ein Funktion. Was war hier drin? Ah, mein Computerkraft. Dein Computerkraft. Dein Computerkraft. Ich crafte dich gleich auch mal. Wieviel braucht ihr denn zum Worken? Jetzt zum twerken. Work, 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 twerk durch. Wir brauchen mehr Strom hier oben. Okay, wir brauchen mehr Strom hier oben. Houston, wir haben ein Stromproblem hier oben. Houston, es juckt. Ja, ich will ja nicht wissen, wo es bei dir gerade juckt. Ähm. Ja. Was ist? Was ist? Was ist? Ihhh, Dede. Oh, hallo, Dede. Halt. Hack, ich stößt nämlich in die Kopf. Du bringst dich noch damit um. Halt Dede. Halt Dede. Kleiner Mann, füll das Ding wieder auf. Was? Das sind Thorkörper. Blutmagen, nein? Magen?! Ja, da geht der weg. Naja. Komm, Dede, wir gehen auf eine Reise. Hüpf hoch. Toll, danke. Jetzt hast du hier so eine Mauer hingemacht. Hier, kannst du einfach durchschlagen, die Blöcke. Hört einfach mal stehen, WTF. Komm, wir gehen auf eine Rhyse. Rhyse zieht gleich auch aus. Flush, kommst du mit? Unger Rhyse. Guck, Flush, kannst du schon als Tag nehmen. Näää. Unger Rhyse. Was, Huchen... Was, Huchenwaste? Huchenwaste. 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 Alter. Okay, ich sag jetzt nicht, dass gerade die Kapitänseverbank, weil es wieder unten war, bis da oben hingegangen voll war wieder, ne? Wieso muss ich den Block wieder rauskommen? Gar nicht. Warte, ich hol dich da gleich raus. Ich bin da nicht drin, aber... Da kommst du doch gar nicht raus, da kommst du nur mit einer Portalgun raus. Hm. Easy. Easy. So, dann fäng ich mal an, die Farben oben mit Conveyor, weil es super schön ist. Stürzt das Server dann immer noch ab? Nein. Schon seit... Seit anderthalb... Achso, fast seit zwei Stunden nicht mehr. Hört sich doch gut an. So, Zombie Pigments. Ich brauch jetzt Gold. Kannst du doch mal Turtles benutzen. Ja, normalerweise kannst du jetzt eigentlich Turtles benutzen. So, was ist jetzt mit den Pigments hier? Sollen die Pigments sein? Ja, schlimm ist, ich weiß nicht, ob die jetzt da ankommen oder nicht. Weil unser Fenster ist ja... Ne? Ja. So super sichtbar. Wie, habt doch mal so übelsten Tanks mit Mobbisse. Oder... Hier, dann soll er Insert machen, dann soll er wieder die ganze Scheiße da reinpumpen. Der wird auch krank. Ja, auf jeden Fall Spawn Pigments, aber machen jetzt auch genug Gold? Warte mal, ach, weißt du warum der nix machen kann? Bist du voll? Der Grindr hat auch keinen Strom. Gigi. Ernsthaft, ich muss die zweit... Ich muss die 25-Millionen-Kreptifelsbank jetzt abbauen, damit die Curvy nicht mehr läuft. Die läuft ja... Ja, die scheiß Bank. Hier, stirbt alle, jetzt! Okay, jetzt geht's wieder. Warum sind... Warum ist hier ein Chicken drin und eine Feder? Oh, nicht super. Warum war da ein Hühnchen drin? Weiß so genau, glaube ich, niemand. Ich will jetzt mal... Jawohl, endlich ein Goldnugget. Jawohl, noch ein Goldnugget. Kann jemand Diamanten zaubern? Ne, warum? Brauchst du welche? Ich brauche, weil ich für die Spitze gar nicht die Turtle wieder rein. Ja, dann geh doch da an eine Kiste, wo die Betten sind, da sind ein paar Diamanten drin. Oh, ein Goldschwert. Oh, wir müssen eindeutig für die Kiste wieder aufwerten oder so. Ja, ja, dieses Spiel ist verwirrend. Was ist das? Oh, ja. Brauche, Redstone. Was, du brauchst? Brauche, Consales? Brauche. 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 Spanischer. Leidensaft. Leidensaft? Leidensaft. Weißt du noch? Was? Spanischer Arena? Spanischer Arena, hei, hei, hei. Hei, hei, hei. Kann mich noch gut hören, ne? Waren noch Zeiten. Wo war das nochmal? Arsch, ey. Achja, Spanischer Arena. Nein, ich will nicht! Nein! Nein! Ich hab ein Problem. Warum? Von weher Welt. Du kannst die mit einer Wench drehen, ne? Ne, der Problem ist grad nur, dass die drauf stand. Achso. Warte mal, irgendwo gab's doch Holziglas los, ne? Nein! Gab's nicht, oder gibt's immer noch? Nein, Stopp! Das ist Prostwut. Ich weiß ja nicht, was du für Holz brauchst, aber du kannst ja... ...maß mal so Holz rausnehmen. Was ist jetzt hier? Könnt ihr mal ein bisschen spawnen, oder so? Ja, ich spawn ja schon wieder. Das läuft auf jeden Fall. Jetzt muss es dunkel werden und wir müssen eine Witch fangen. Und wir müssen jetzt irgendwie noch ein Gas töten nochmal. Was wollt ihr jetzt mit Turtles machen, ihr? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, du konntest doch damit irgendwas machen. Adler, Adler, da war zu tief so Turtles. Ne, die. Keine Ahnung. Die funktionieren auf jeden Fall wieder. Töten jetzt. Stopp! Nein! Warte mal, ich hab da auch noch... Es gibt auch noch dieses andere Programm. Wie heißen die schon? Da... Ich hab damit nichts zu tun, Pigmen. Ganz ehrlich. Ich bin aus dem Spiel. So, das läuft, das läuft, das läuft. Was war jetzt hier? Ender Pearls! Wenn Ender Pearls brauchst du nicht, ne? Sag nur Bescheid. Und bei BlazeWords sag auch Bescheid. Da haben wir auch ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ich betone nur noch ein bisschen. Wir sind gerne hilfsbereit, den Leuten zu helfen. Wir sind hilfsbereit? Damit stehe ich mit meinem Namen. Heb Babybrei. Schön in deine Gesichtsmaske. Okay, Flash. Alles wird gut. Solange du... Weiß ich nicht bist. Hitler. Hitler-Biest. Ja, du hast Kripte. Mal gucken, wie lange die Crystal zerbrochen. Pass auf, die haben jetzt bestimmt zu 8% erst oder so. Nein, sie haben 10% mittlerweile. Wow! Ich glaube, ich muss den Typen jetzt einfügen. Wow! Eben so immer, ist das. So immer, ich denk. Komm, ich bin installiert. Ich bin da oder nicht. La la la. La la. La la la. Warum sponnt den Zombie? Chill. Chill, dude. Ja. Oh mein Gott, nur Goldschwerte. Wow! 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 Die Pölz dürfen erstmal raus. Warum bist du gestorben? Tommy, ich bin ein halbes Leben, weil ich mich gerade geopfert habe. Ja, du Opfer. Ganz ehrlich. Du bist ein richtiger Opf-Opf. Du hast da oben mittlerweile Strom, du hast da oben alles rum. Opferst du dich doch noch selber? Wobei ich mal die Zelle tauschen kann. Ist ernsthaft. Es hat gerade gelagert. Es hat gerade gelagert. Es hat gerade gelagert. Sag nicht, dass es gelagert hat. Doch, es hat gelagert. Also der Einzige, der lagen kann, wenn ich mit Tisch, mit Bett lagen. La la la. Hier. Hier, nimm einfach die. Bitte. Ähm. Ja. Diese Thurtain-Vorhänge. Ja. Da sind aber keine hässlichen Monster drin oder so, ne? Nein, ne. Bärenbüsch. Da sind nur Bärenbüsch. Apropos Bärenbüsch. Ich könnte akitieren. Ah, ich habe nicht genug Material. La 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 la. Fuck. Ne, fucker ist was anderes. Jetzt hat er es vergessen. Und? Hatten wir nicht mal mehr Glas? Wer hat das ganze Glas dann weggenommen? Meint ich Lenny. Also ich weiß, dass nicht zwei Stacks sind. Aber wir waren doch glaube ich noch mehr oder nicht? Gleich. Kannst du einfach mal nicht Französisch reden. Doch, Papa. Ich habe aber nicht gleich. Dann steht da nicht was Lame by a Zombie. Was so voll lustig ist. Ich habe 64. Äh, 1 Stack und 40 Eisen im Ohr. Äh, Backpack. Warum? Warum tust du nicht oben Polo heißen? Ich habe keinen Plan. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, 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 Achtung.